gut sollte so reichen mann dasselbe kann ich da auch noch machen aber gut ich möchte jetzt so von hier dass es funktioniert für jeden fall schon der vorteil ist über wir brauchen gar nicht mal so viel auf peaceful sachen wie das ich auf peaceful bin ich gehe mal eben auf peaceful habe ich jetzt keine lust auf das viel gesprengt werden wurden das letzte mal ja schon fast in die luft gejagt okay erst mal so das kann ich schlecht machen so könnte es machen weil hier bleibt ja zu brauche ich denke ich mal repeater ich mache mal sechs oder so ja dann brauche ich noch zack ja passt genau so dann irgendwie so und hier ja gut sechs repeater passt ich bin gespannt ob das klappt ja bist du wirklich sehr froh wenn es mir jetzt auffällt was passiert mit den blöden pistons regelmäßig wenn ich damit baue und zwar müssen die einwärter nach hinten so ich denke ich werde nämlich mehr platz brauchen wenn ich das signal hier noch einmal introvertieren muss gut wie viel platz habe ich noch hinten bisschen wenig gut das hier muss das maximum sein also viel platz haben wir nicht ich kann das signal theoretisch hier schon verwandeln ich brauche mehr platz eigentlich brauche ich hier von mindestens vier stück brauche ich noch danke so sich es hierhin packen kann und wenn das angeht die fackel ausgeht ja das sollte funktionieren gasp wie kriege ich jetzt drei stücke powered so auf jeden fall ein und da müsste ich einen so sieht man, wenn ich hier einen Repeater dran setze dann powert der auch nur einen, okay das klappt nicht weil ich kann ja das ist ja kein Problem so machen zack zack und so dann habe ich schon mal das so und dann könnte ich mit dem Repeater die beiden powern ja, wenn ich jetzt drauf gehe okay perfekt das selbe jetzt nochmal in die Richtung maa zack zack wir müssen Diamanten farm später mal wieder wow, was würde ich jetzt für einen Fly-Mod geben aber die Leute werden immer so schnell agressiv eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs, sieben sieben habe ich den eingeschlossen ich fange mal vier an zu zählen wobei die einen weiter zurück müssen ich habe übrigens zu wenig Kolben gemacht ich brauche zwölf vor allem ist das voll sinnlos, was ich hier baue eigentlich aber egal wir machen das, weil wir es können 1, 2, 3, so jetzt von hier muss ich sieben nach hinten zählen 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 also bis hier brauche ich kommt mir ein bisschen groß vor na gut, wir sind ja großzügig Sachen oh, Gott sei Dank wenn das jetzt wieder diese blöde Monsterfalle gewesen wäre ich hätte sie niedergerissen 1, 2, so ich denke der Platz wird gerade echt ein bisschen sehr großzügig größzügig hier ist ein Repeater hin und nein so und da muss ein Repeater hin so das Signal kommt von hier runter was habe ich hier irgendeinen Mist so also hier her so das ist der Signalverlauf nicht echt blöd hier geht das noch nicht aber hier kann ich das Ding doch wieder ein anheben das mache ich auch das macht das Ganze nämlich viel einfacher so zack irgendwas mache ich hier gerade voll falsch und der Fehler ist auf dieser Seite ich kann da nämlich noch gar nicht anheben so weil wir sonst gleich ein Problem kriegen mit dem Zumauern so jetzt passt das dasselbe geht natürlich dann auch für hier so perfekt und damit jetzt auch noch die andere seite funktioniert das kriegen wir so ganz ganz einfach hin und zwar so bella so sehr schön dann machen wir die wand mal zu finde ich auch schon extra viel viel schöner als wenn wir da direkt in den mist gucken der kommt natürlich wieder weg aber ich muss da irgendwie gerade bauen also brauchen wir kein licht das braucht schon nichts sehr schön das freut mich gut hier gegenüber eine fackel und hier gegen die fackel so wie viel redstone haben wir denn noch ausreichend auf jeden fall wir werden das ganze jetzt mal auf die andere seite packen zu dem himmelsportal das hier leider deaktiviert ist im moment vielleicht werde ich mal irgendwas anderes daraus machen aus dem himmelsportal wie sollen wir noch acht jemann nicht schwimmen können wir um zehn nachher beschwert gemacht so so Vielen Dank.